Freunde, es ist schon dunkel und das Spiel läuft noch. Das heißt, noch ist nichts verloren, aber jawohl, jawohl, jetzt hat er sogar live hier. Sané ist einfach nur eine Wucht, geiler Typ. Oh, ich wollte mich gerade noch aufregen. Zweiter Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Erst war es ein klares Foul gegen Klaus, dann ein zweites Mal auch gegen Klaus, also beide Male gegen Klaus, beide Male kein Elfmeter. Dazu die rote Karte für Pertl, die nicht gegeben wurde. Das war für mich definitiv ungefähr 1,96 gegen 1,80 oder so. Egal, auf jeden Fall, es war zwei Elfmeter nicht gegeben oder eine gelb-rote Karte, die nicht gegeben wurde. Das ist mal sehr kritisch. Ich meine, gut, jetzt ist das Tor im Endeffekt, also das Problem ist, dass im Gegenzug zu der Situation, die eigentlich eher der Elfmeter sein müssen, das 1-0 für Bochum führt, fällt. Aber jetzt ist es im Endeffekt egal, weil jetzt ist Ausgleich gefallen. Jetzt muss Hannover nur das Momentum nutzen und das tun sie jetzt auch gerade vielleicht. Harnik, komm. Oh, Riemann, schade. Ja, Hannover eigentlich überlegen. Hannover eigentlich das bessere Team, hätte die Führung verdient. Bochum hat gerade sogar einen defensiven Fünf-Stürmer eingewechselt. Also eigentlich war das gar nicht am andeuten, dass hier Bochum in Führung gehen würde. Aber jetzt steht es erstmal 1-1. Aber gut, dass es sich gleich mal meine eigentliche Aufregung egalisiert hat. Wie gesagt, Review kommt später noch. Das waren jetzt einmal pure Emotionen. Aber, ja, ich denke mal, die kann man nachvollziehen, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, beziehungsweise guckt. Gut, wir hören uns später nochmal wieder. Ich werde jetzt doof angeguckt werden, weil meine englische Companion noch nicht weiß, dass ich YouTube-Videos mache. Aber das war auf jeden Fall ein Spiel, das meiner Stimme nicht gut getan hat. Jetzt als nächstes kommt Bayern gegen Bremen. Ich habe 4-0 getippt. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Hannover war in meinen Augen das überlegene Team. Aber Bochum hat auch sehr gut gespielt. Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. Auch wenn es in meinen Augen nicht hätte sein müssen. Wir haben es jetzt nochmal gesehen. Eine Wiederholung mehrmals. Das war ein Foul von Hoogland. Definitiv, es hätte Rot geben müssen für Notbremse. Aber Freistoß, kein Elfmeter. Trotzdem bitter auf jeden Fall. Dazu die gelb-rote Karte gegen Pärtel, die man sich definitiv auch geben kann, wenn man sich nochmal anschaut. Und auch der Elfmeter in der ersten Halbzeit, wo Klaus an der Hose gezogen wird. Und nachdem er die gelben Karten für nichts gezeigt hat, muss er das normalerweise auch fallen, wenn er seiner Linie treu bleibt. Aber es ist ein Punkt, kann man auf jeden Fall mit leben. Wir hatten auch Glück in einigen Situationen. Und einen sehr starken Chauner, auch wenn natürlich auch Bochum einen sehr starken Riemann hatte gerade in der Situation gegen Haneke einmal. Aber im Endeffekt Glückwunsch an Bochum für den Punkt. Und ihr habt mir jetzt, also alle, die mir jetzt geschrieben haben, Bochum würden euch zeigen, was Sache ist und so. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber war okay. Und Bochum war ja auf Platz 4 oder 5 getippt. Von daher auch ein gutes Spiel auf jeden Fall von denen. Und gegen Bochum kann man einen Punkt auswärts auf jeden Fall mal mitnehmen. Gegen Dresden muss es wieder einen Sieg geben. Das ist aber denke ich mal klar. Gerade weil es ein Aufsteiger ist. Was ich nicht verstanden habe jetzt nach dem Spiel, ist die Szene von Baba Guy gegen Haneke. Ich weiß jetzt nicht, was da vorgefallen ist. Aber er geht ihm da schon ziemlich an. Das war jetzt ein bisschen komisch. Aber sehr gut von Colt, also von Jörg Sievers und Stendel, dass er da dazwischen geht und ihm direkt sagen, halt die Fresse, so geht das nicht. Das ist eine Mannschaft, das ist ein Team. Und dementsprechend muss das auch klar gemacht werden. Und ich denke mal, Baba ist jung, der wird daraus lernen. Und das Ganze wird aufgeklärt werden. So gut ist das Verständnis in der Mannschaft, denke ich mal. Ich kann dir auch nicht erklären, warum das jetzt war. Aber gut. Ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Weil im Endeffekt ist es ein Punkt gewesen. Und mit dem kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Das, was mir nicht gefallen hat, war einmal die Chancenverwertung. Leider Gottes diesmal. Dazu in der ersten Halbzeit der letzte Pass haben wir gefehlt. Sie haben gut gespielt, hat der letzte Pass auch gefehlt. Und teilweise war in der ersten Halbzeit ein bisschen Loch zwischen Mittelfeld und Angriff. Aber das wurde auch relativ schnell geschlossen. Wir sind anfällig bei Kontern. Kontern, das ist ganz klar. Das liegt aber vor allem daran, dass wir halt so offensiv spielen. Spektakulär und so weiter und so fort. Dann passiert halt sowas wie beim Gegentor. Aber das wäre eventuell nicht gefallen, wenn dann nicht die Geschichte gewesen wäre mit Klaus gegen Hochland. Hatten wir ja schon mal. Letztes Mal gegen Offenbach, wo es Füllkrug gegen den Offenbacher war. Wo es auch hätte Freistoß geben müssen. Ja, oder sollen, können auf jeden Fall. Können auf jeden Fall. Sollen natürlich aus meiner Sicht. Ja, aber war auf jeden Fall in Ordnung im Endeffekt. Und von daher, ja, bin ich gespannt auf die nächsten Wochen. Ich werde morgen das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Nochmal ein bisschen mehr zum Spiel sagen. Nochmal einen Spielbericht geben, wie ich das Ganze gesehen habe. Jetzt natürlich gerade noch alles voller Emotionen und so weiter und so fort. Und vielleicht ist morgen noch eine Sache mit, die schon geklärt. Dazu rede ich morgen nochmal ein bisschen über den Bundesliga-Auftrag. Jetzt Bayern gegen Bremen. Das geht ja jetzt sofort los. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal wieder bei einem Cut. Bis gleich. So Freunde, mittlerweile ist der nächste Tag. Ich denke mal, wir müssen nicht mehr viel zu 96 sagen. Das war gestern eigentlich schon alles gesagt. Das ist sehr bitter auf jeden Fall, dass der Schiedsrichter mit drei sehr dopen Entscheidungen ein bisschen den Sieg von 96 weggenommen hat. Das war in meinen Augen ein klarer Elfmeter gegen Klaus. Auch nach allen Wiederholungen, die ich nochmal gesehen habe. Dazu Gelb-Rot gegen Pärtel, auch ziemlich eindeutig. Und dann noch die rote Karte gegen Hoagland und Freischkurs, beziehungsweise Elfmeter, je nachdem, wie man es da sehen möchte. Bitte aber, was willst du machen? Auch solche Spiele muss es geben. An sich ist es nicht schlimm, dass 96 einen Punkt geholt hat. Weil, um die Euphorie ein bisschen zu bremsen, war das gut. Denn ich hasse es auch jetzt, dass viele 96-Jährige jetzt schon wieder sagen, auch Pülkug zu schlecht vergibt Chancen, Hardik vergibt Chancen, bla bla. Bochum hat den überragenden Kiefer mit Riemann. 96 hat den überragenden mit Chauner. Und man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Lass doch einfach mal die Jungs Fußballspielen ummachen. Lass den Ständel doch machen. Das sieht doch gut aus. Aber nein, jedes Spiel muss haushoch gewonnen werden. Diese Mentalität geht mit tierisch auf dem Sack. Und ich hoffe, dass diese Leute sich gut oder später auch wieder verpissen werden. Naja. Bayern-Bremen muss man auch nicht viel zu sagen. Ja, standesgemäßes 6-0 zum Aufsack. Bremen hat sich richtig zerlegen lassen, richtig zerfleisch lassen. Bayern hat absolute Dominanz bewiesen. Mal sehen, ob wir am Ende der Saison genau diese Konstellation am Tabellenspeller und auch an der Tabellenspitze haben. Mit Bayern erster und Bremen letzter. Bin mal gespannt. Das war auf jeden Fall noch gar nichts von Bremen. Da muss nächstes Mal mehr kommen. Am 10. September. Glaube ich zumindest, dass sie da spielen am Samstag. Weiß auch noch nicht gegen wen. Für Bayern ist es super gelaufen. Mal sehen, wie die gegen Schalke spielen. Werden aber jetzt in der Verländerspielpause. Ich gucke jetzt gerade hier englische Liga. Liverpool gegen Tottenham. Da steht es noch 0 zu 0. Danach kommt Bundesliga-Konferenz. Und heute Abend gibt es da noch Topspiele. Also ich habe richtig Bock. Ist schon ganz geil, denke ich mal. Ein schöner Fußball-Samstag. Ich bin gespannt. Vielleicht gehe ich auch noch mal ein bisschen raus auf den Balkon und sonnen mich ein bisschen in der Zwischenzeit. Hier Pause und so weiter und so fort. Weiß ich noch nicht genau. Aber das war es auf jeden Fall noch ein Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben. Da schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und nochmal Glückwunsch an Bochum zum Punkt. Und sie haben für mich übrigens, um mal noch was Positives zu Bochum zu sagen, auch untermalt. An unserer Stricken. Dass sie definitiv Aufstiegsaspirant mit sind. Oder Kandidat, um mitzumischen. Übrigens nochmal Kompliment an unsere Ultras und Fans. Das war richtig geile Stimmung gestern. Absolut geil. Also krass. 2000 bei 20.000 und dann so eine Stimmung. Genial. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.